ja hallo freunde wir spielen eine neue runde league of legends ich bin schon mal gleich angepisst weil ich in der mitte anivy als gegner haben werde akali ich seh es jetzt schon kommen das wird nix unser janik der spielt als fiddlestick im jungle die gegner haben gar keinen jungler hallo janik top haben wir dann noch sind das ist ein random der rest ist alles random leute hier caitlin haben wir unten als ad carry mit sona und das war es denn schon die gegner haben uns schon wieder counterpickt akali wird niederlieb mit niederli oben spielen den trash unten supportet tristana und anivy in der mitte super klasse ja genauso viel ab wie wir trotzdem kotze ich jetzt schon ab warte ab naja sagt mir mal was ging an die wir machen so selbst wenn ich jetzt in den zweikampf gehe und ein bisschen aggressiv gegen die spiel hat die immer nicht ihr scheiß ei dementsprechend naja und wenn ich jetzt unsichtbar sein sollte mein w macht ihre ulti drauf und dann nicht schon erledigt mal ich kann nicht mit wenn niederlita erst da rumstehen das sind nieder ehrlich gesagt na die hängt da von dem busch rum ja ich weiß ok da hat er recht naja cinch tankt er wie sonst was ne cinch macht einfach damage wie sonst was wieso tankt ihr für mich ist gut du solltest nicht so viel tanken ja da kannst du schöner ok du hast eigentlich seinen entziehen jetzt aber du verlierst eh nix das wollte ich eigentlich sagen unser pfad gleicht sich mit einer abklingzeit von drei se- äh von vier sekunden oder so wohlfährt guck ich wusste dass es passiert ich wusste es einfach aber ich konnte nicht mehr zurück mit full life hat die dich geplättet ja die hat ihr scheiß ei jungen ach die hat ihr ei gerade eingesetzt dadurch jetzt ja hä hast du es gerade gesehen anivia heißt anivia im chat hieß sie gerade einivir guck mal da einivir was ist denn das für ein bug verstanden toll wurde das jetzt auch übersetzt oder was ja wukong nennt ihr ja auch für die dunge äh nennen die doch auch affenkönig oder im chat ja echt glaub schon komm verpiss dich doch ey middlejungle ist so einfach ich kann nicht mal last hitten hier weil die zu aggressiv ist pff vergiss es doch wo ist die ich ich versuche es mal in der mitte zu ganken schreit her naja alter was macht die einen ad schaden ein gegner wurde getötet anivia ist ja so oder so schon op und dann hier noch als akadi ey flipp aus geschwind ich reise ein gegner wurde getötet au klappt ja bis jetzt eigentlich sterb nur nicht öfter in der mitte auch wenn du dann nicht gar nicht richtig spielst du nur am tower spielst ja siehst du ich bin ein mann der worte ich kann gar nicht last hitten direkt akali sagt report nieder please weil ihr stirbt wer ist der nächste der stirbt akali ok warte auf mich jetzt schon nicht gewartet boah ziehe ich sie ist ganz gut denkt echt dass ich mich jetzt einfach verpiss ab von der lane dann es wäre cool wenn ich den kriegen würde gut dann mein weh war drauf ich bin zwar sichtbar interessiert mich aber nicht naja 5-1 geht ja noch wenn wir jetzt annie wenn der rest so gut spiel so extrem gut spielt dann bringt es auch nichts wenn annie wieder gefilter ist die zerlegen wir weil der nix aushält auch die hat schon die ulti cool 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 ich kann ja mit meiner ult ganken gut boah macht die schon damage ich komm gleich mal wieder mitte ich kann eh nichts machen ich hab keinen hp ich kann trotzdem mitte gleich erst will ich noch ein level abkommen unser fahrt gleicht dich alter ich bin zu dumm zum last hit nix er schwimmt ich reise das gibt's doch nicht ey das gibt's doch nicht ey blue brauchst du ja nicht ne nö ja dann kann ich ihn mir nehmen nämlich ich brauch den dringend nach blue komm ich dann ja dann kann ich ihn nicht mehr hinkriegt was geht das ist ja das ist und dass du hier noch nicht mehr Jetzt hau über den oberen Ripper Hat die AI? Ja, deshalb ist eigentlich scheißegal Okay Du hast auf einmal zu viel gezogen Jetzt fängt die mit Potten an Boah, ich kann nicht Last-Hit mit dem scheiß Kuh, das ist zu schwer Du kannst mit deinem Kuh nicht Last-Hitten Ne Wow, ich hab einen Die Top wird eh geworden sein, weil es offensichtlich ist, dass der Jungler da am meisten hingeht Siehste, die haben mich schon gesehen Das würde Anivir auch gleich kommen hier Aber Das sagt, das sagt schon aber Ja, damit der das weiß Anibias SS Schreibt das Damit dir nichts unterstellt werden kann Er ist trotzdem geworden Loll Da ist die andere alte Ach, da ist sie Da komm ich nicht dran Er war übrigens sehr schlau von ihr Das ist gut zu wissen, dass das in dem Kreis von Arcadia funktioniert Das wusste ich echt nicht, ich dachte, das bricht dann ab Ne Lacker, ja ja Alter Wie stark ist die? Sehr stark Aber auch irgendwie ein bisschen dumm Hab ich ja gesehen, sehr dumm Kommt Pfff weg Ach, die drückt Ich bin erst einmal gestorben Vorher hat die bitteschön ihre 150 AP Keine Ahnung Achso, von ihren 51 Farmen Und Caitlyn hat mehr Farmen Die übrigens einen coolen Namen hat Komm, Alde Solang die nicht ihr Ei weg hat, ist so ein Gang mit Ult unnötig Na babysit dich lieber top Boah, war das knapp Das war knapp, du Jetzt brauche ich Mitte Hilfe Moment Nee, brauch ich doch nicht, danke Was auch immer nötig Aber Bot läuft gut, oder? Sau gut Die Verbündeter wurde getötet Unser Part gleicht sich Oh, der war böse, geh weg, geh weg, geh weg Niemals Wie holt dich das? Mann, ich konnte keine Skills machen Ich dachte grad, wieso feerst du die nicht? Guck mal, Akali wäre auch noch da gewesen Das war das letzte Mal, dass ich top ganken wollte, kann ja alleine klarkommen Bot hat mal wieder kein SS gesagt, oder? Der Gegner hat einen Turm zerstörst Oder wer ist da gerade gestorben? Ein Gegner wird zum Berserker Keine Ahnung Was will denn die? Hinter dir ist nieder Ich weiß Ich weiß Ich weiß jetzt, wieso ich gerade kein Skill gemacht hab Warum? Ich war auf den Tasten 1, 2, 3 Und hab versucht Irgendwie Dings zu machen, Skills Ich hab mich verklickt Was macht der Sinj da? I need blue, sagt er Nein Braucht der nicht Ein bisschen Ich kann mich nicht den Blue stealen Ich brauch den Richtig dringend Er kann mich nicht den Blue stealen Ja, das war ein bisschen spät Flieger Ja Das war schön Ey, das sind Hurensohnen Mehr ist das nicht Ja, aber hat er doch schön gemacht Trotzdem Hurensohn Sagt doch nicht sowas Sagt nur die Wahrheit Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Naja, er kommt weg Naja Sinj kommt immer irgendwie weg, aber Boah, jetzt kommt gleich das Ei Komm Die hat Der Stun hat mein Heel unterbrochen Das ist scheiße Nicht aufzuhalten Alter, Bot geht ab wie Sau, ey Nächstes Mal wenn du da bist Und der ist an meinem Blue Den am machen Klau dem den Blue Okay So dass der den nicht kriegt Gib ich lieber dir den als sie Okay Die soll man nicht immer so schnell so weit vorgehen Jetzt kommt Alcali noch Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Da lohnt sich's gar nicht reinzugehen. Doch, für mich schon. Aber Catelyn, wieso tut Catelyn nicht rausgehen? Jetzt machst du Penta, oder? Nee, zieh nix. Naja, war wenigstens kein großes Verlustgeschäft. Okay, jetzt war es ein großes Verlustgeschäft. Oh, jetzt kann Cynch wenigstens schön pushen. Ich hatte wieder kein Mana, weil er mir den Blum geklaut hat. Seit wann glaubt man Stundenglas denn mit Armschutz des Suchenden? Ja, die Tower sehen bei uns auf jeden Fall schon mal gut aus. Ist ja schon mal eins. Ja, und am Anfang haben wir ja irgendwie 8-1 oder so gespielt und jetzt nicht mehr. Ich jungle jetzt auch nur noch. Ich hab Bock mehr zu ganken. Nicht bei so einem Team. Oh, unser Bot Tower ist weg. Durch den Schleier des Zwielichts. Noch nie wer kriegt gleich einen Blum. Der ist schon. Der kommt jetzt übrigens runter. Jawohl. Der war doch schön. Weg gehen. Oh oh. Das sei, das sei. Das sei, das sei, das sei. Sehr schön. God line ist gut. God line ist gut. God line ist gut. Eine AD nieder? Nee. Mann, ich trau mich nicht gegen die zu kämpfen, ich bin erst Level 9 Sollten sie sich trotzdem mal zurückziehen Ja, du kannst es bei meinen Farmen bitte lassen Ich will eigentlich gerade nur das Level haben So, dann bloß Ja, nicht Caitlyn will jetzt meinen Bloß Boah, ich hab's überlebt, geil, geiler Scheiß Wieso geht Caitlyn jetzt bitteschön auf meinen Bloß? Sinch stirbt Er hat jetzt echt versucht mein Bloß zu klauen Aber der Sinch ist echt nicht schlecht, muss ich sagen Auch wenn er richtig... Benimmt sich trotzdem für einen Arschloch Ja, wie ein Egoist, ja Benimmt sich wie so ein Arschloch Oh, der kriegt ja, oder? Ja, never chase sinched Mit dem Sperr hätte sie ihn irgendwie runterkriegen müssen, aber die war ja zu dumm Gedacht lieber Puma, Puma Puma ist cool, nein, die meint das, weil die dann schneller ist Eigentlich Lass gut sein Boah, hat der mir weggeschossen Boah, langsam läuft Die Damage Ich hab schon Flucht des Lichts Da kann's nix tun für ihn, glaub ich, oder? Ja Seid er? Doch Nice Naja Läuft doch langsam, du Trotz Anivia, weil die Anivia, die carry ich nicht wirklich Irgendeinen, den die nicht reporten wollen Report all Unentschlossenheit führt zur Niederlage Aber ich find's voll krass, wie ich die Akali voll runterbash BAM Dass die gleich fast tot mit einer kommen wollen Einverstanden Die hat halt dauerhaft Wards gekauft und hat deshalb nix Unentschlossenheit führt zur Niederlage Ich hab wenigstens noch was getötet, das ist die Hauptsache Weil, bei drei Leuten hätte ich eh nicht raus können Niederli hab ich auch noch was geholt Okay, das war Fail Sona killt die noch, oder? Na, sehr schön Du holst alles, wo ist dein Ulti? Hab ich gerade eingesetzt, vielleicht? Alter Ja, das hat mir auf einmal so viel genug gezogen Der komische Stun von Anivia Ja, 34% Schaden Ich hab' den Schleier des Zwielichts Wann werden endlich richtige Gegner zugeteilt? Na ja, so langsam sollte man sich nicht mehr so mit mir anlegen, oder? 6, 3, ah ok, meine Farm ist beschissen Aber Anivia hat auch nicht gerade viel mehr 91 Jetzt guck dir mal Trash an Der zu viel wie ich Anivia müsste über so 150 eigentlich haben Haha, zack, war der Trash weg Oh, scheiße Wer war denn da grad fast? Achso, Sona hat den umgebracht Gegnerische Doppeltöten Wollte die nur ablenken Tu sie silencen Genau Du hast keine Ulti ready, oder? Ja, wie will ich meine Ulti Ja, wieso greift denn der an und vergiftet das Ei nicht? Tut's doch Der vergiftet das auch während der Ne, nicht wenn er davor steht, nur dahinter Doch Gift hat ne kleine Flächenwirkung Ok Wusste ich auch nicht Dachte immer nur die Leute die dahinter stehen Verstanden Na vergiss es, das kriegen die eh nicht mehr Vergiss es doch Was will der denn machen, 2 gegen 4 Ist der dumm, oder was? Ja, der ist dumm, was frage ich denn überhaupt Wie weit er den verfolgt hat? Ja, das ist total sinnlos Wie weit er den verfolgt hat? Ja, das ist total sinnlos Stealing kills like der Boss Ja, die hat ja auch schon 4-3 Ja, aber ok Teilweise konnte sie nix dafür Die hat halt einfach mit Schaden gemacht Ja, aber ok Teilweise konnte sie nix dafür Die hat halt einfach mit Schaden gemacht Aber Unser Part gleicht sich Boah, scheiße war ich schnell tot Bin leider nicht mehr an die alte rangekommen Boah, Alter, wie ihr da alle massenweise wieder sterben Ja, aber Catelyn hätte doch mal ihre scheiß Falle setzen können, weißt Die arme Sona, fälft doch der Sona Ulti rein Geh doch mit Ulti rein Lauf weiter in die Mitte Ich hättest du Akali auch nicht gekriegt Da, Akali Ich Ach, doch Ich dachte irgendwie, ich kann nicht mehr laufen Aber Ich bin nur irgendwo hängen geblieben Was den Anni Und der Nivyawal hat mich doch mal geblieben Geh mal in den Jungle Geh mal in den Jungle Der Nivyawal hat mich aufgehalten Das wäre schön Hehehe Alter, hier Sona hat meine Laufbahn voll, äh Verlangsamen Der Crash ist wirklich nicht der Beste Naja, der hält doch gar nichts aus, überhaupt nichts Boah, das gibt's noch nicht, Sona, mach den Leute, wieso hat Hast du gesehen, wie viel Leben die gerade wieder dazu gekriegt hat Sehr abartig Das war nix Ja, sehr schön Und Katelyn ist noch kein Scheiß Ja Du brauchst die Macht Scheiß Kann ich nix machen Wenn ich mal zu meinem Heal nicht komme Bringt mir das auch wenig Wo Tristana merkt, dass Sinch hinterher ist? Keine Ahnung Ja, ich glaub schon Jetzt sollte er mal weggehen, oder? Ah, der holt die beiden, oder? Naja Naja Der will, dass die den hinterher rennen Schon klar, aber gegen zwei Leute ist halt immer so ne Sache Sinch kann auch von fünf verfolgt werden Ja, ob er dann stirbt, ist die Ende Frage, oder? Wenn er genug Items hat man nicht Aber die sind wohl zu schlau, um Sinch die ganze Zeit hinterher zu rennen Außer Nidali, die ist blöd Allein Sona macht die doch schon kaputt Allein Sona macht die doch schon kaputt Soll ich reingehen mit Ult? Könntest du, ja Wow, und alle Kills gestealt Echt, alle? Ich hab alle Kills gestealt Ja, du hast direkt ne Doppeltwittung, während die alle in meiner Ultzone waren Du Du Hund Oh, scheiße Im Sprung GG Was? Ich bin Noob Akadiel, bitte Ich bin Noob Akadiel, bitte Ich bin Noob Akadiel, bitte Okay, 10-6, ich bin der Noob, alles klar Nein, Noob Champ Nein Jetzt Cent daneben geworfen Hm, wenigstens getötet Ich mein die mit ge-ge-ge-geklaut Nee, Sona hat hier ge-ge-ge-geklaut Oh Gott Schon wieder Siehst du, die-die klaut alles Ich glaube, er an Iver war hier dann Noob, weil, muss ich mal überlegen Michi in der Mitte, man spielt so schlecht, das ist ja, kann ich ja keinem erzählen, ne Ich glaube, er an Iver war hier dann Noob, weil, muss ich mal überlegen Unentschlossenheit führt zur Niederlage Euer Team hat einen Turm zerstört Euer Team hat einen Turm zerstört Bleib konzentriert Na, Kali ist stark in der Mitte Ein Verbündeter wurde getötet Ja, aber Hanivia müsste mich zerfetzen Das ist ein Elementary Ich der Kanzler Die 2 New Tool Ich der 2 Ich der 3 Und das ist in der 4 Boah Da Ja, ist Hinschuldig Aber Ne, Screen mach ich jetzt Und Hop Hier hat ein Flug gesagt Ist ne Beleidigung Das kann man zu reporten. Nö, ich mach das extra, aus Spaß. Boah, Akali heilt sich voll, das ist ja nicht normal. Das war ein bisschen gefährlich. Ja, die sind alle weggerannt. Hier, helf, helf Sinch. Nö. Die hat gleich das Ei und dann ist wieder aus. Mir egal. Loll. Ach, die hat ihr Ei gar nicht. Der eine Tower bringt dich jetzt auch nicht um. Aber die eine nie da. Aber die killst du auch. Einmal vier und dann aussorgen, dann ist die tot. Der ist OP, aber ein Arschloch. Mhm. Dragon, oder? Durch. Das ist der erste Dragon heute, oder? Kann sein. Dann. Komm mal kurz hinweg smiten. Wow. Das hat's gebracht. Damit der nicht gesteilt werden kann. Die sind doch alle gerade am treffen. Wer soll denn das steilen? Der war gesteilt. Der war nicht geklaut. Ja, der war rechtmäßig erworben. Rechtmäßig erworben. Wie teuer? Äh, zwei Skills. Merk schon. Unser Part gleicht sich. Er besitzt hier Runenballwerk. So noch. Und jetzt rein. Sehr schön. Hast du das gesehen? Ich mach meine Ult. Mein Ult ist noch nicht richtig da. Wollt gerade starten. Bedeugt die mich. Wollt sozusagen gerastet. Wollt sozusagen gerastet. Also ich schieb's mal eiskalt auf Anivia. Anivia hat verkackt. Weil normalerweise hätte die mich in der Mitte zerlegen müssen. Hat aber irgendwie eher wenig hingekriegt. Gefarmt hat's auch nicht wirklich toll. Ähm, Trash hat gefeedet. Der war auch nicht wirklich der Held. Beziehungsweise ich sag mal so, die Botlane war einfach gut. Auch wenn Sona gesteilt hat. Und ja. Ich freu mich über Kommentare und so weiter. Und danke mal an Yannick hier. Yannick, dass du immer mitspielst so schön. Lieber Yannick. Hihi. Nee, Spaß. Kein Problem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.